Sublight, ein legitimes Geschäft, Dienstleister. Sollt euch das Gesetz auf den Fersen sein, erteilt unserer Rechtsabteilung euch die Erlaubnis, die folgende Passage aus unserer kolonialen Handelslizenz zu rezidieren. Den Vorschriften bezüglich haltbar gemachten borstfolgend wäre eine solche Geschäftsentität dementsprechend zwecks Gewinnerziehung und Verbraucherfreundlichkeit berechtigt, landwirtschaftliches Gerät und Zubehör zu beschaffen, zu besitzen und zu verschrotten. Kurzfassung, wenn wir mit Dosenfleisch handeln, können wir ganz legal Traktoren und Traktorteile bergen. Daher habe ich eine Dose Borst in einem Schließfach im Besitz von Sublight auf einer anderen Welt deponiert, wodurch die Waren die Eranschaft als Landwirtschaftsgeräte klassifiziert werden. Alles, was wir tun, ist völlig legal. Und jetzt bringt mir eine große Scheibe Profit heim. Finde ich gut. So, da wolltest jemand, der Dr. Chattern umbringt. Ach, hier, weißt du etwas über den Kampfkreuze Cornelius Vanderbilt? Nicht so viel, wie ich es mag. Die Bord hat ihn auf die Erde auf eine Re-Supply-Mission, glaube ich. Warum? Dr. Chattern hat eine Forschungsanfrage über den Kreuze geschickt und nie wieder etwas gehört. Der Vorstand Kontakt mit dem Kreuze verloren. Vielleicht ist er völlig verschwunden. Okay. Mal kurz sprechen. Ja. Ja, okay. So. Na, ich bin gespannt. Ich hab nur den Auftrag angenommen. Ich hab nicht gesagt, ich töte sie. Ich will mit ihr reden. Ich glaub, die waren nicht so glücklich über die... über die Forschungen, die sie gemacht haben. Aber wir werden es rausfinden. BNP, ich kann nicht glauben, es ist nicht Borst. Es ist unglaublich, wie gut es ist. Borstwurst. Lecker. Schon beim Namen wird mir schlecht, aber ich weiß gar nicht warum. So. Was haben wir jetzt eigentlich alles? Tagebuch. Äh, das letzte Experiment der Chimerikerin. Die Beweise, die du in Cascadian auf der HFS 1084 gefunden hast, haben Leila Heiken überzeugt, dass Dr. Eva Chatrand der Mittelpunkt dieser außerirdischen Invasionsverschwörung ist. Sie will, dass Chatrand zum Wohl der Menschheit getötet wird. Chatrand ist eine vom Vorstand bezahlte Chimerikerin. Eine Wissenschaftlerin, die das Nuklein von Pflanzen und Geschöpfen von der Erde so verändert, dass sie auf Koloniewelten überleben können. Finde und töte Dr. Chatrand. So, wir haben keine andere Mission. Das heißt, was wir jetzt tun, äh, wir können dann auf Monarch zurückkehren und können mal mit der, ähm, Dingens reden, mit den Yoka. Wobei ich für heute glaube ich Schluss mache, tatsächlich. Beziehungsweise für jetzt. War nur relativ kurz, aber ist vielleicht zwei morgens. Ah ja, klar. Machen wir sofort. So, hast du was da? Nein. So. Wir schauen mal ganz kurz, lustigerweise, ob in unserem Terminal irgendwas steht, weil manchmal stehen da irgendwelche Sachen drin. Aktuelle Nachrichten abrufen. Da haben wir nix. Da haben wir auch nix. Protokolle haben wir auch nix. Suchbegriff Sam haben wir auch nix. Okay. So, dann setzen wir Kurs auf. Kann ich nach Byzantium eigentlich fliegen? Da hast du das Relais, Olympus, Monarch. Ähm, wir können lustigerweise, nach Skylar können wir. Warte mal, auf Skylar waren wir doch schon mal. Ich erinnere mich. Destination erreicht. Scylla. Ich muss mal ganz kurz gucken. Tagebuch. Wo ist denn die Einsiedlerin? Und der VK, ne? Ja. Das machen wir noch schnell und dann mache ich Schluss für heute. Wo ist denn da die Einsiedlerin? Das ist Skylar, ja. Aber ich war doch hier überall, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir haben doch in Skylar alles erkundet. Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich hier überall war. Und jetzt bin ich mir plötzlich nicht mehr sicher, weil ich hätte die Eins... Okay, jetzt sind hier Banditen plötzlich. Waren die hier im Vorfeld schon Banditen? Komm her. Okay. Da sind jetzt beide Leichen. So. Ich bin jetzt echt verwirrt, weil ich meine, dass ich hier schon alles abgesucht habe. Aber hier die Sachen sind nämlich auch leer. Weil klar, ich war ja schon. Ich habe auch die Wissenschaftswaffe hier gefunden. Wo sind denn die Einsiedlerin hier? Ah, ja. Oh. So, haben wir das. Ein paar Aschehäufchen hier. So, haben wir das auch. Dann sind die ganzen Roboti immer tot. So. Verkaufsautomat. So, verkaufen. Dann kann ich den ganzen Schrott hier mal verkaufen. 38. Das kann alles weg. So, verkaufen. So, was haben wir hier? Axt weg. Der Hammer kann weg. Das kann weg. Weg. Der Gedankenkontrollstrahl haben wir hier noch. Stoßpistole kann auch weg. Wollte ich gerade gucken, ich glaube, ich habe einen Fehler jetzt gemacht. Ach ne, doch nicht. Stoßpistole, die hat 402 Damage gehabt. Stoßpistole, die hat 402 Damage gehabt. So. So. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. So, wo ist denn da die... Entweder war die Tür vorher nicht da, oder die Tür ging nicht auf. Weil ich bin hier nämlich rumgelaufen. Das weiß ich noch, weil ich hier gegen die Roboter gekämpft hatte. Ähm... Ich glaube, die Tür war einfach nicht offen vorher. Aber ich kann... Müsste ich nachgucken. Übergang zur Hütte der Einsiedlerin. So. Einsiedlerin. Mülleimer. Schön hat es das hier. Echt schön. Verriegelt. Ist hier noch irgendwas? Rüstungsteile. Ansonsten ist hier nicht wirklich was. Dark Matter-Riegel. Schwere Munition. Ne, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Also sonst können wir hier nichts machen. Also, ja, klar, wir können mit ihr reden. Aber ansonsten... Äh... Ist hier nichts mehr zum Klauen oder Begutachten. Außer der Raumheber, da kommen wir nicht rein. Okay. Hi. Was haben die Solare Winde jetzt auf meinen Türkei gepostet? Nur mehr Dirt und Dabri? Oder glaubst du eigentlich, dass du hier die Wahrheit suchen möchtest? Ich muss sagen, dass ich mich aus der Wahrheit führe. Vielleicht bist du hier, mich zu retten? Das wäre so viel mehr spannend. Kann ich auch machen. So. Wir sind hier, um uns dieses Buch übersetzen zu lassen. Max, das kommt ganz drauf an. Wer bist du? Ähm, okay. Wir sind hier, um dich auszurauben. Was hast du alles? Äh... Nicht viel. Ich kann sehen, dass du ein Mann in einer Hürde. Und die Erinnerungen in diesem Buch dauern würden dir Jahre, um zu vollständig zu verstehen. Hör mal, können wir das ein bisschen schneller abwickeln? Was passiert, wenn man nicht vorbereitet ist? Nun, Max hat gerade gesagt, er wäre vorbereitet, oder nicht? Wenn du von Zutaten sprichst, meinst du damit Drogen, oder? Äh, was passiert, wenn man nicht vorbereitet ist? Äh, wenn du Zutaten meinst, meinst du Drogen, oder? Okay. Max hat gesagt, er ist vorbereitet, oder nicht? Und ich glaube, er könnte richtig sein. Es gibt sowas Verwalt und Frieden in dir, Max. Dieser Prozess wäre extrem intensiv für einen, wie du selbst. Ich bin verpflichtet, egal ob der Kosten. Ich weiß nicht, Captain. Ist das sicher? Ich glaube nicht, das ist sicher. Du kannst zurück zum Schiff, wenn du dich nicht wohl dabei fühlst. Wenn ich sage, es ist sicher, dann ist es das auch. Wir machen das jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Lass mich drüber nachdenken. Sehr gut. Nicht, wie ich irgendwo gehe. Geh auf die Meditation-Runde, wenn du entscheidest, dass du bereit bist. Und partage von der sacramentalen Incent. Es wird für dich warten, auf der Tafel für dich. Okay, das hat doch bestimmt irgendeinen Haken. Ich speichere mal eben. Und zwar richtig, nicht nur mit Quicksave. Wo ist denn der VK? Ich bin gespannt. Wo ist die Private? Ach, hier. Steht direkt davor. So. Ich bin gespannt. Ich glaube, das geht schief. Ich muss noch mehr über den Prozess erfahren, bevor wir das tun. Es gibt nicht viel zu erzählen. Der Prozess fordert uns, unsere Fehlungen. Es gibt Dinge, die uns aus der Wahrheit halten. Aber nur, wenn wir sie bereit sind, zu sehen. Okay. Wohl wissen wir, dass wir sie wieder trauen können. Du kamst zu mir. Ich habe dich nicht ausgesucht. Außerdem, das Klinik-Beräume ist so zeitgültig. Und da ist meine schlechte Rückseite. Und da ist meine schlechte Rückseite. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich habe dreamt, ob das... Okay. Äh. Schön hat sie es hier. Ich bin Feigling, ich weiß. Aber ich speichere trotzdem nochmal. So. Es sieht echt schön aus hier. Okay. Ist das eine Pistole hier nebendran? Tief durchatmen. Ähm. Äh. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Okay. Also los. Meditationshilfe. Oh weh. Poor, poor Maximilian. Maximilian. Why are you still doing this? You've been fighting against the world since before you left home. Haven't you figured out yet that the more you fight, the more pain you cause yourself? Mother? You're dead. You can't be here. I knew this was too good to be true. These are just cheap hallucinogens that if... What's happening to my voice? Does my voice sound weird to you? And what's wrong with your face? Y'all see these stars I'm seeing? Gosh, they're pretty. Like shimmers in the sea. Deine Mutter hat recht, Max. Wir sollten auf sie hören. Wenn sie eine Halluzination ist, wieso sehe ich sie dann auch? Du hattest von Anfang an recht, Max. Das ist alles Blödsinn. Fall nicht drauf rein. Schau, was passiert, wenn du sie haust. Okay. Wenn sie eine Halluzination ist, wieso sehe ich sie dann auch? We are obviously the victims of a tasteless joke being perpetuated. Uh, uh, perpetrated? I mean, we're being made fools of, aren't we? When I get out of here, I'm going to show that hermit what you get for messing with me. Maximilian, always ready to give up, to lash out, always searching for answers, but always in the wrong place, never looking inside himself. I hope you'll pardon my interruption, but I think it's because he's unhappy with himself. Schön, das ist ja. Ah, richtig toller Trip. Wir sind den ganzen Weg hierher gekommen. Wir sollten uns zumindest anhören, was sie zu sagen hat. Okay, Mutter aus der Vision. Wie wäre es, wenn du uns Antworten statt leere Plattehüden gibst? Höre nicht, ob du diesen Müll magst, du hast recht. Das ist alles so ein kranker Scherz. So, okay. Wir sollen es anhören. Danke. Es hat mich verliebt, dass es zumindest eine positive Influencer ist. mein sonnein Leben nach all diesen Jahren. Hat er dir gesagt, dass er uns nicht glaubt? Nicht glaubt? Wie kann man das sagen? Ich wollte nur dich und dein Vater sein, mich stolz. Ich wäre der perfekte Vessel. Ich wäre besser, mehr... mehr... mit dem Plan. Dies hier ist alles falsch. Der Plan. Du hast dich mit einer Freude, die ich noch nie fühlte. Ich wollte es. Und als ein Laborer macht mich schwer. Ich war besser als das. Du hast sicherlich überzeugt, dass du dich bist. Aber nicht so schlecht. Wir immer lieben uns selbst. Wir haben historien in eine vane attempt, zu überzeugen uns, dass wir in Kontrolle... von allem. Diese historien sind wie wir versuchen, zu verstehen zu unseren Leben. Aber sie sind nicht real, sind sie? Sie sind nur Geschichten. Du musst deine Geschichte verlassen und die Wahrheit sehen. Die Geschichten sind real. Wenn sie etwas tun, wenn sie dich inspirieren, wenn sie dich in Kindheit, oder Aktion, aber vielleicht ist Max's Geschichte über ihn selbst falsch. Und deswegen ist er so unabhängig. ist leichter gesagt als getan. Können wir mich zum Punkt kommen, Lady? Ähm... Ausgeburt meiner Fantasie? Lass diesen Mist enden, Max, du brauchst das nicht. Angreifen! Schau, was passiert, wenn du sie haust! So... Die Wahrheit zu sehen, ist leichter gesagt als getan. Du willst mir meine... meine Disziplin? Meine... Kontrolle? Oh... Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich... Ich kann es nicht. 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 Das ist nicht wahr. Die Basis von allem ist Ordnung, nicht Chaos. Es ist wahr. Ich weiß, dass es ist. Und du bist. Warum hast du es nicht? Bevor du bist, der Plan macht dich glücklich? Nein. Es ist nicht. Ich macht mich glücklich. eine Bedeutung. Und du bist will. Du merkst dich damit. Du bist doch nicht glücklichatt. Du verstehst immer. Du wird immer noch nichts verstehen. Auf Wiedersehen, Max-Amelian. Das Erste P suppo. Das ganze 오in ... Es ist einfach eine Farce. 正 Hm? Eher Interessiert... Eher Flock, meine selbst rowend. Es ist nicht mehr so. Du könntest eigen recht seinMIere. Semester Vor allem utilise. Was? Äh... Intelligenz! Max, ich habe es durchschaut. Du musst diesen Kerl töten. Sofort! Wenn er es tut, sollte er... Was? Wenn er es tut, so sollte er es nicht. Es ist besser, als... Er ist besser, als er sich selbst zugesteht. Ja, Max, warum tust du das? Reden lassen. Intelligenz! Max, ich habe es durchschaut. Du musst diesen Kerl töten. Sofort! Hä? Das ist Intelligenz. Echt? Ich verstehe es nicht. Wieso ist das Intelligenz? Das ist ein bisschen... Ich weiß nicht, was hier richtig und was falsch ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht mal ansatzweise, was hier gerade passiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Ich lasse mal reden. Ich verstehe nicht... Ich fühle mich richtig... ... über das... ... mehr. Ich muss hier rauskommen. Du hast das gefragt. Warum hast du es? Die gleiche Grund, wie immer du? Fear das Unbekannt. Nicht zu haben, dass du das Kontrolle. Ist das die Antwort? Ich glaube, es klingt sicher wie eine Antwort, die ich nicht verstehe. Wer bist du wieder? Und warum klingt er wie ich? Du denkst, er ist okay? Können wir ihm helfen? Du denkst, ich brauche ihn zu kämpfen, um mich von... mich selbst zu beenden? Ähm, stellen wir das lieber nicht auf die Probe. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir sollten nur die Wahrheit... äh... Wir wollen nur die Wahrheit. Visions-Max-Ding. Er schaut nicht für die Wahrheit. Er schaut für einen neuen Weg, um die Realität in seinem Kopf zu organisieren. Eine neue Geschichte des glücklichen dichs. Des glücklichen dichs. Ich. Das ist nicht... Das kann nicht richtig sein. Ich habe nur die Antwort auf die Äquation gesucht. Denn es wird uns frei, nicht wahr? Wie ist es? Wie ist es? Durch die Need für eine Entscheidung zu machen? Für deine Leben komplett zu kontrollieren? Die Illusion der Sicherheit? Deine Obsession hat dich versucht, die reale Frage zu vermeiden. Wer bist du? Ich bin Max. Ich bin. Ich bin real. Du kannst mich nicht davon überzeugen. Bitte nicht überzeugen mich nicht. Oh Gott. Es ist okay, Herr Vicar. Wir sind hier. Wir schauen dich über. Und du einfach... Riecht das raus, richtig? Okay? Ja, bitte nicht. Ich hänge daran, ich selbst zu sein. Also wirst du Max davon überzeugen, dass er nicht real ist. Das sollte interessant werden. Die Einziger hatte möglicherweise recht, ihm im Reden zuzuhören. Scheint mich wahnsinnig zu machen. Äh... Ja, bitte... Ich hänge daran... Was? Einfach durchstehen, okay? Du musst das einfach durchstehen. So, also wirst du Max davon überzeugen, dass er nicht real ist. Das sollte interessant werden. Die Ein... Okay, machen wir das mal. Ja. Ich bin... von dem Architekt. Architekt? Wie kann ich in einen Architekt glauben glauben? Das ist schrecklich. Ich muss... Ich muss mich komplett verlieren. Was du sagst, fast macht Sinn. Wir existen... ...inhalb unserer Gedanken. Wir denken, dass wir in Kontrolle sind. Das ist es. Das ist es nicht? Wir haben keine Kontrolle... ... über alles. Es ist alles... Lies. Wie kann ich nicht gesehen haben? Aber wie können wir unsere... Wirklich? Wirklich? Oh Gott. Ich sehe, du bist wieder mit uns. Ich habe Angst, dass wir dich da verloren haben. Ich habe nie gesehen, dass jemand rausgekommen ist, noch bevor ich mich aufgeregt habe. Überprüfe ich den mentalen Zustand vom Ex. Glücklicherweise, all das Gerede und Gestreite hat mein... ...hat mein Hai ruiniert. Was ist passiert? Ich... ...woke up. Die Illusionen, die ich für mich selbst gebaut habe, fallen einfach weg. Ich bin nicht mehr interpretiert. Ich... ...experienz. Everything... ...is perfekt. Es freut mich, dass du die Antwort gefunden hast, nachdem du gesucht hast, Max. Du warst also nicht... Äh... Was? Du warst also nicht so bereit, wie du dachtest. Du bist ganz offensichtlich wahnsinnig geworden. Ach wirklich? Hast du dich in letzter Zeit mal in der Kolonie umgesehen? Nein, nein, nein. Nicht perfekt in diesem Sinne. Aber es ist trotzdem perfekt. Es ist alles da, um zu erleben, um zu leben zu sein. Natürlich gibt es Schmerz und Verlust. Aber die Schmerz hat sich durch die Realität zu kontrollieren, um zu kontrollieren, um zu den, wie du Dinge willst, um zu sein, um nicht zu erleben, wie sie sind. Da ist vielleicht was dran. Du scheinst glücklich zu sein. Oder zumindest nicht wütend. Wenn du das sagst. Das war genug Philosophie für mein ganzes Leben. Lass uns hier verschwinden. Okay. Oder zumindest nicht wütend. Ja. Ich bin... glücklich. Ich habe endlich gefunden, was ich für mich schaue. Auch wenn ich das falsche Dinge schaue. Okay. Auftragsreihe eines Begleiters abgeschlossen. Achievement freigeschalten. Schön. Wie kann Max hat den Vorteil? In der Zone erhalten. Mehr Informationen findest du im Reiter. Details von VK Max. Den Vorteil in der Zone. Ja. Du hast mich wieder ruminatiert. Gefühle ist verantwortlich. Was ist Ihre Gedanken? Während der Erfahrung bei der Einzelnen schienst du mir ein paar Probleme mit deiner Mutter zu haben. Ja. Ich würde nicht sagen, meine Eltern disowned mich. Strictly speaking. Aber bevor sie sterben. Ich habe mich verletzt. Ich konnte sie nicht verstehen. Ich konnte es nicht verstehen. Ich war nur für sie stolz. Ich war nur für sie stolz. Für die Plan. Ich fühle die glücklich. Ich fühle mich so sicher. Mein Potenzial war als Arbeit. Und war bereit zu riskieren. Alles, nur um ihnen zu zeigen, dass sie falsch waren. Ich war verloren. Missgeist. So. Was war nochmal dein Mann zu den Philosophisten? Okay. Erzählen wir nochmal von dem Buch, das wir geholt haben. Und das auf Französisch geschrieben ist. Bokonu, der Autor, hatte einige interessante Theorien über die Menschheit der Realität, die ich dachte, sie könnten zu unseren Versuchungen, um den Plan zu bezeichnen. Unfortunately, er war auch einer der Founder der Philosophisten-School der Gedanken. Also, das Buch wird in dieser Kolonie verbunden. Okay. Pa... Pa, warte. Hi. Ja, hm? Okay. Wir reden später. Okay. Ja, das war doch toll. Und sie ist noch da. Hallo. So. Habt ihr eure Antworten gefunden? Nicht so viel gefunden, als... ...ein letztendlich gehört. Ja. Es ist ziemlich das konvolutete Maze, das wir für uns selbst bauen. Zu existieren ist leichter, wenn man die Augen schließt. Es erfordert Mut, sie zu öffnen. Ich würde fragen, worüber ihr beide geredet habt, aber ich befürchte, ihr würdet mir tatsächlich antworten. Ich bin müde von all dem Gerede. Intelligenz. Wie war das hier? Ich bin müde von all dem Gerede. Gehen wir. Okay. I hope your answers you have found are satisfactory. Not really. If they're satisfactory, they must be lies. Well. As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Nein. Okay. So. Auf zum Backbauposten. The enemy seeks to destroy our way to live. Philosoph... Ach, das sind wann die Philosophisten waren das jetzt. Okay. So. Auf zur unreliable innen. Against all odds, the unreliable takes flight. Sehr schön. Oh. Ich kann die Schlösser knacken. Leichtes Sturmgewehr. Interessant. Wusste ich gar nicht. So. Not today, Sam. I am not in the mood for a deep clean. Oh, alright. Some culprit, who shall not be named, spilled Rizzo's lemon slap on my console. Huh. Dust accumulation analysis. 2.5 years. Gute Arbeit, Sam. Thank you. Customer? Sam. Merciless on germs. Sehr cool. Weitermachen mit Saubermachen. Finde ich sehr schön. So. Prinzipiell. Was haben wir jetzt eigentlich noch alles auf dem Tagebuch? Wir haben jetzt zwei Missionen auf offen. Freies Monarch und das letzte Experiment der Chimerikerin. So. Spannende Frage. Wir können das nicht machen, weil wir noch nicht nach Byzantium dürfen letzten Endes. So. Das heißt, wir müssen radiofreies Monarch machen. Das heißt... Verbockt. Der amateurische Alchemist. Vulkanische Hammer. Achja. Das sind ja die Sachen. Die hab ich nicht verbockt. Die hab ich nur anders abgeschlossen. Wir haben ganz schön viele Missionen gemacht. Oh man. Na gut. Dann würde ich... Ist das eigentlich Staub, was hier rumfliegt? Oder was sind das für komische Partikel? Ist mir das letzte Mal schon aufgefallen? Sam. Mach mal sauber. So. Dann würde ich sagen, an der Stelle mach ich jetzt den Cut. Ähm. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Im nächsten Stream. Ich bin sehr gespannt. Wir machen dann die, ähm, Mission mit Monarch weiter. Und da weiß ich noch nicht für welche Variante ich mich entscheide. Ob ich mich für die Philosophisten entscheide. oder ob ich mich für MSI entscheide. Ich hab keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wer davon, äh, das kleinere Übel ist. Ich soll's wie Gerald machen. Wenn ich mich zwischen zwei Übeln entscheiden muss, entscheide ich mich einfach gar nicht. Ähm. Naja, schau mal. Ich bin gespannt. An der Stelle auf jeden Fall. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du ha Creator alliances Leute. Und bis zum nächsten Mal Orleans. 10 constructing. Und dasija. Und das